Hallo, ich bin Denise und ich bin Michael und wir sorgen für die besondere Perspektive. Erstklassiges Nachmittagsprogramm, Speed Dating, katholisch. Sieben junge Männer und Frauen warten auf uns und Speed Dating, ich habe das noch nicht gemacht. Warst du schon mal beim Speed Dating? Nö, aber auch als Katholik muss man immer was Neues ausprobieren. Also ein bisschen aufregend bin ich schon, mal gucken was uns erwartet. Einfach loslegen. Ich bin total geschwitzt. Das war schon spannend, sag ich mal. Spannend war es allemal. Besonders spannend fand ich, dass der Glaube beim Daten wirklich eine Rolle spielt. Ich meine, irgendwo ist nachvollziehbar, weil wenn du die ganze Zeit missioniert wirst, dann hast du auch keinen Spaß in deiner Beziehung. Letzten Endes würde ich aber trotzdem nur eine abschleppen. Oh du Jameur! Oh du Jameur! 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 Jameur!